Album-Update Am 7. Mai 2023 antwortete mir Mario auf die Frage, wie weit wir denn in seinen Augen in Prozenten mit dem Album sind, folgendes Ich sag 70 Prozent 70? Sagst du mehr? Ich hätte 75 gesagt Gut, einigen wir uns auf 75 Okay Heute in der letzten Juni-Woche hat er auf dieselbe Frage folgendes zu sagen Leider hat mein Mikro nicht funktioniert, deswegen hier mein Gedächtnisprotokoll Bro, das letzte Mal, wo wir darüber geredet haben, war glaube ich vor über einem Monat mittlerweile Das ist richtig Das war in Berlin Und ich habe in dem Monat echt richtig viel dran gearbeitet Und ich würde jetzt wirklich so relativ selbstbewusst sagen, wir stehen bei Das ist hier Das ist hier